... mit dem Publikum, ja, aber bezahlt. Und zu ausgemachten Zeiten, dafür gibt's Autogrammstunden. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass ich in allen Squash-Hallen Eintrittsverbot habe. Nachdem ich bei dem einzigen Versuch, diese Gefängnissport-Unart auszuüben, meine Gegner gleich nachdem die Tür hinter uns geschlossen wurde, mit dem Reket in der Ecke Krankenhausreif geschlagen habe. Nur mit Mühe habe ich mich auf Unkenntnis der Regel ausreden können. Umkleidekabinen, so H&M-mäßig, sind für mich veritable Hinrichtungszellen. Strafverschärft durch die gnadenlose Blödheit und Impertinenz der Verkäufer. Na, passt die Hose? Weiß nicht, ist sie zu eng, dann dehnen sie sich beim Tragen. Ist sie zu weit, dann geht sie ein beim Waschen. Und ist sie ganz besonders hässlich, dann trägt man die jetzt so. Sie wissen, was Thomas Bernhard über den Kauf einer Hose geschrieben hat. Tja, man darf nicht, sie haben sie erraten, man darf noch nicht mehr darüber sagen. Unlängst! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020